Thomas Anders, äh, nee, Thomas Otto, der größte Fan von Thomas Anders. Nix ist unmöglich. Ja, hier ist Otto. Hallo Thomas, ja, sind denn meine Leute schon bei dir? Das läuft alles schon mit Ton und Technik. Wie gut kennst du eigentlich Thomas Anders? Wir sind uns eigentlich sehr nahe gekommen und er ist menschlich eben ein ganz lieber Typ und er ist eben trotz des großen Erfolges, den er hatte und wieder hat, trotzdem Mensch geblieben. Und was sagst du zum Comeback von Modern Talking? Für den Fan persönlich ist es natürlich ein Rückschritt, weil man war ja so nah an Thomas Anders dran, ne? Und durch Modern Talking hat sich alles geändert für einen Thomas Anders Fan. Ja, er ist klingelt. Wo ist der größte Fan? Äh, jetzt kam ein Rast Thomas Anders hier an. Ja, wir machen hier an. Wir haben einen Rast Thomas O W pegarla, da ist ja Liebe. Musik Nach so einem gelungenen Streich darf man schon mal ein bisschen feiern. Aber im Autokino warten schon die nächsten Stars.